Ich dachte, Sie arbeiten gern bei uns. Sie sind meine. Jetzt wollen wir die Polizei kommen lassen. Jetzt bekomme ich Ihren Badge und den Garderobenschlüssel. Hör mal, ich habe letzte Woche dreimal versucht, hier hinzukommen. Wo bist du? Ich habe gearbeitet, Spätschicht. Ist mir scheißegal, du zahlst jetzt eine Miete. Wenn du Arbeit brauchst, sag Bescheid. Wie viele Kinder willst du anmelden? 300 Euro. Das erste Kind, Name? Martha. Maria. Und was schaltet dir, dass du hinterher begleitest? Du legst gleich auf. So, it's your last offer, yes? Du wirst einen Frisiersalon irgendwann mal haben. Da bin ich mir ganz sicher. Ich will aber keine Geschenke. Ich will aber keine Geschenke. Guten Tag. Ich spreche doch nur in der Schrift. Kontrolle! Kontrolle! Klai Liste dabei, niekagda nie возвращatze больше. Wird etat Užas. Marsha, ja hachchu, dummisch! Übergebe meinem Anwalt das ganze Geld und die restlichen Papiere. Er ist schon informiert. Nimm dein Geld und geh. Zart ihr nehmert? Verschwindel. Es ist ja, warum nicht einfach nur normalen Arbeit? Denn ich will nicht, dass ich mich verletzt habe.